Mit Fug und Recht, der FC St. Pauli ist schon ein richtiger Kultclub. Sogar in New York weckt diese Art von Soccer made in Germany das Interesse vieler Fans. Neuerdings gibt es da sogar einen Fanclub, und zwar in Brooklyn. Die Piraten vom East River, wie der Name vermuten lässt, eine ganz besondere Truppe. Etwas wie St. Pauli sieht es auch in dieser Ecke des New Yorker Stadtteils Brooklyn aus. Hier versammeln sich die East River Pirates an jedem Zweitligaspieltag, um ihre Mannschaft zu bejubeln, den FC St. Pauli. Die Bilder vom Spiel haben sie von der St. Pauli-Internetseite heruntergeladen. Elf Stunden nach dem Anpfiff in Hamburg herrscht hier Fußballfieber. Das Ergebnis haben sie sich bewusst nicht vorher angesehen, deshalb ist der Jubel beim 1 zu 0 riesengroß. Vor fast zwei Jahren hatten fünf New Yorker Fußballfans die Idee, obwohl die meisten noch nie in Hamburg waren. Etwas linksalternativ waren sie, wie viele der St. Pauli-Fans. Noch wird weiter gezittert, bevor das 2 zu 0 die Gemüter etwas beruhigt. Jetzt will auch Leo endlich mal nach Hamburg. Und alle in der East River Bar sind sich nach dem Sieg über die Rostocker sicher. Jetzt kommt der Aufstieg. Echt kultig. Echt. Für.